So, wir haben das dritte Video von Resident Evil 2 Remake So, wir haben das dritte Video von Resident Evil 2 Remake So, wir haben das dritte Video von Resident Evil 2 Remake So, wir haben das dritte Video von Resident Evil 2 Remake Tool, das soll doch nicht so unterschiedlich sein So, wir haben das dritte Video von Pay know Das war's. Scheißgepfeif hier auf den Sack. Scheißgepfeif. 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 Hä? Das haben sie in einem Spiel auch gefragt. Ihr habt keinen Respekt, was ist das? Kenne ich nicht, habe ich nicht. Mein Vater, mir beibaut, alles was nervt, wird beseitigt. Du schaffst das. Wenn du mir jetzt sagt, rein schlagen, gehst du bis 10 am Arsch, der wir schwiegen. Oh, munizioni, munizioni. Okay. Vielen Dank. Eigentlich ist es ein Licht hier, sieht man was. Oh, bei B. Ist nicht bei C, sondern bei B. Nein, ich lasse zu. Ich hole sie raus. Bitte, geben Sie mir die Hilfe. Ich hoffe. Ihr habt sie dir angegangen. Ich halte. Du Scheiße. Wie? Das macht doch meistens Spaß. Ich weiß nicht, muss ich mir Opus kaufen und warte, bis du drin bist. Mensch und Mensch, ein grosses Arschloch. Ich bin größer wie du, kleiner wie link. Jetzt kommen schon wieder die Zombies nicht. Oh, Böse. Die kommen bestimmt gleich durchbrochen. Ja, hier ist ein Rappel. Wie gesagt, ich habe es doch gewusst. Kuppschuss. Und was vorhin noch? Etwas, was nachher gesperrt wird auf YouTube. Wie viel Blut da spritzt. wo wassieht, der eine hilft der Unterleib. Ui, 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 ui. Sie schreckt mich halt, Affe. Und jetzt nicht meine Vorbestellung zum Pistole. Habe ich vorher vergessen. Ist besser. Jetzt kommt mir ein Schuss durch. Boom. Piu. Kopfschuss. 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 Ui jezu. Kopfschuss. Kopfschuss. Tut mir gut. Scut mir. oh ich hab mich jetzt selbst gemacht ui Bleib liegen ey, fetter, fahrst du frühe was. Mann, was ein fetter Zombie, der ich bestimmt 200 Kilo hin. So, noch mal ein Kopfschuss, was ist der Dämono, Alter, wie fällt der Fasster für was aus? Klar, einen Schuss habe ich noch. Holzbretter. Oh jetzt so, nicht schlecht, her damit. Oh jetzt so, nicht schlecht. Neh auf dir! Neh auf dir! Oh der fährt und in dir! Oh je, jetzt bin ich auf dem Scheißhaus. Weil das halt eine dünne ist. Gleich mal auf jetzt hier. Ich garantiere es, jetzt hier vom Scheißhaus ist ein Zombie. Neh, aber dafür ein Erste-Hilfe-Spray. Dann... ... 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 Was soll ich das noch machen? Weil es so vogelisch ist. Oh, ein Messer habe ich bekommen. Ein Messer. Oh, ein Messer. Oh Mann, der Typ ist so blöd. Zeit, oder? Oh Mann, der Typ ist so blöd. Oh Mann. Oh Mann, der Typ ist so blöd. Oh Mann, der Typ ist so blöd. Oh Mann, der Typ ist so blöd. Oh Mann, der Typ ist so blöd.